Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt bei Marc Keller, muss ich sagen. Also er gefällt mir zu Woche, zu Woche besser. Er ist sehr, sehr sympathisch, jetzt tanzen sie einen Jive. Ich bin natürlich gespannt, wir gucken drauf. Bis gleich. So Freunde, ihr habt es gesehen, ey, das macht ihr echt gut. Der Jive ist wirklich ein schneller Tanz in so viel Sachen, etc. Daran mein Lieberschman, aber das rockt das Ding, da kann man nichts gegen anderen. Ich küsse deinen Herz, Marc, auf jeden Fall. Hammer. Wir gucken weiter. Chapeau, echt. In seinem Alter und das so krass hinzubekommen. Ich glaube, es gibt wenige, ich kenne wenige alte Menschen in seinem Alter, aber okay, alt ist doch nicht, die das so krass gut machen. Und er ist halt sehr, sehr gut, das muss man lassen. Lasst auf jeden Fall Liebe sprechen, diesen Kanal abonnieren. Und das war natürlich der klassische und coole Jive von Marc. Und das war ja management. Wie war ja aber.